Es ist sein zweiter Termin bei der Firma KRONES in Neutraubling. Für Hartmut Keitel ein wichtiger Tag. Hier beim Weltmarktführer für Getränkeabfüllanlagen muss seine Erfindung bestehen. Zwei Jahre hat der 52-Jährige schon in das Projekt investiert. Keitel hat getüftelt und gezeichnet, verbessert und wieder verworfen. Bis er endlich vorzeigbar war. Der Kronkorken, der fest an seiner Flasche hängt. Der Reporter. Das Problem ist immer, wenn das Ding rumbaumelt und du trinkst, dann hängt dir das hier im Mundwinkel und das will ja keiner. Also muss man das irgendwo aufräumen. Das kann man hier wunderbar mit dieser Lasche, die dann dazugehört. Das ist relativ easy. Es hält auch wunderbar. Keitel ist Fotograf und der Kopf hinter der Aktion Deine Isar. Beim Spazierengehen hatte er sich über die wachsenden Müllberge dort geärgert. Zumindest im Kronkorken hat er jetzt den Kampf angesagt. Ich mache so kleine Seminare mit Schulklassen und da untersuchen wir ein Quadratmeter Isar-Ufer. Und wir haben durchschnittlich immer zwischen fünf bis zehn Kronkorken pro Quadratmeter. Also wenn man das jetzt hochrechnet auf eine Strecke von acht Kilometern, sind das gigantische Größenordnungen. Den Reporter hat er sich schützen lassen. Doch hat er auch eine Chance? Das habe ich jetzt bei der Variante anders gelöst. Zurück nach Neutraubling. Keitel versucht, Stefan Richter einen der technisch Verantwortlichen von Krones von seinem Prototypen zu überzeugen. Immerhin, Richter nimmt sich viel Zeit, sagt nicht gleich Nein, ein erster Erfolg. Aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel, der Mann von Krones bleibt zurückhaltend. Für uns ist es wichtig, dass man sich mit diesen Themen aktiv auseinandersetzt und sich nicht am Anfang schon zur Seite schiebt und sagt, aus dem und dem Grund wird es technisch nicht gehen. Ich glaube, wir sind da schon aufgefordert, auch in der Industrie ein Stück Fantasie walten zu lassen und es erst einmal möglichst wertfrei zu prüfen. Dennoch bleibt es für heute bei aufmunternden Worten. Da bin ich der Letzte, ich gebe nicht auf. Die technischen Probleme wären wohl lösbar, doch der Firma fehlt Entscheidendes. Wir brauchen einen innovativen Brauer, einen innovativen Abfüller von Getränken, der sich ernsthaft mit diesem Thema Kronenkorken bereit ist, auseinanderzusetzen und da mit uns nochmal in Klausur geht. Diesen innovativen Brauer zu organisieren, das überlässt Krones aber dem Erfinder. Es bleibt also ein steiniger Weg für Hartmut Keitel und seinen Reporter. Schnellner ? ? ? ? ? ? ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020